Das ist alles immer neu gemacht. Oh, der auch nicht. Übel. Lass uns mal ein Trekking drüber laufen über das Video, was ich vorhin so gebuggelt habe. Ja, dann gucken wir mal, was er rauskriegt. Die Staubkappe. Hast du so? Ah, die hat... Meine Eltern waren ja da, während Andre Oreni da war. Andre fand das dann mit sportlichem Anreiz mit Inventor die Kappe zum Modeln. Andre die Kappe gebaut. Dann habe ich sie direkt ausgedruckt. Die schönen Fahrten. Das sind genau 45 Grad. Kriegt man das mit ABS besser hin bei 45 Grad? Oder sollte ich mit Sport drücken? Genau, jetzt macht ihr die Richtigen schon. Ich muss mal richtig schön ins Video rein quatschen. Und wir dürfen nicht. So ist es nämlich. Ja, dann musst du mal auf einer malen, weil dann kriegst du das hier besser hin. Weil dann weniger ist.